Ich sage mal, noch fünf Minuten und ich höre auf. Jetzt habe ich langsam keinen Bock mehr. Dann ziehen wir mal unser Programm ab. Ich muss sagen, das geht mir ziemlich um den Sack. Ich habe keine Lust mehr. Also ich breche die Strandkorb-Konzerte an dieser Stelle ab. Es tut mir sehr leid. Vielleicht könnt ihr euer Geld wieder kriegen. Es macht wirklich keinen Spaß. Man kriegt keinerlei Kontakt zum Publikum. Es laufen auch andauernd Leute rum. Es tut mir wirklich leid. Bitte habt Verständnis dafür. Ich als Künstler kann unter diesen Umständen überhaupt nichts mehr machen. Wir haben alles Gegebens jetzt. Es kommt nichts. Da könnt ihr auch nichts für. Das System ist einfach fadenscheinig und dumm. Ich höre jetzt auf an dieser Stelle. Danke schön.